So, willkommen im Heidepark Soltau. Hier vorne seht ihr die größte Holzachterbahn der Welt. Die ist aber leider kaputt. Hier sehen Sie ein tolles Karussell. Das ist auch leider kaputt. Da vorne ist ein halbwegs funktionierendes Karussell. Das hat mich sehr überrascht. Dann ist hier auch nochmal irgendein Karussell gewesen. Das ist aber komplett irgendwie geklaut worden, verschwunden, keine Ahnung. Dann kommen wir hier zur nächsten Attraktion, dem Hurricane. Ja, der ist auch kaputt. Oder der Eingang ist zumindest abgesperrt. Keine Ahnung, was das heißen soll. Ja, super. Dann ist hier auch nochmal irgendwas gewesen. Keine Ahnung, das ist wahrscheinlich auch weg. Das Kettenkarussell hier oben ist auch gerade kaputt. Also, ich weiß nicht, wozu habe ich jetzt hier 46 Euro Eintritt gezahlt. Keine Ahnung. Wenn wir gucken, da vorne ist ja wieder ein funktionierendes Karussell. Das ist ja sehr überraschend. Wow. Nicht überrascht hier, ne? Joa. Ich gehe da mal weiter. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.